Yo Leute und willkommen zu einem neuen, großen Video und heute hier habe ich mal eine neue Waffe gefunden, die vielleicht Meta ist. Eine geheime Meta, ja, habe ich mal gefunden, ne? Und das seht ihr jetzt. Also, was ich für eine Waffe meine, ist nämlich die Ram 7, die ja neu von der ersten Season kam. Und warum die so geil ist, liegt an das hier. Ich habe die wirklich so mega gut gebaut, also hoffe ich mal. Aber, ja, auf Long Range ist sie nicht so geil, aber auf so Mitte Range geht sie eigentlich komplett. Und, äh, ja, das habe ich alles draufgepackt. Und ich glaube, die könnten eine richtig geile Meta werden, weil die ist schon ziemlich nice. Plus dazu noch die Revolver, die ja auch ziemlich gut waren. Die wurden zwar genervt, aber eigentlich sind sie immer noch recht gut. Und, wenn man ziemlich gut mit denen umgehen kann, dann sind sie auch recht nice. Guckt euch das an hier. Ja, wir sind bereit, mal wieder Warzone, eine Runde. Und wir sehen uns in der Runde. So, let's go mit der Runde. Der Typ wird dort abspringen. Ja, es geht eigentlich. So eine kleine Military Base kann man auch abspringen. 3, 2, 1, los geht's. Jawohl, alle auch direkt abgesprungen. Super perfekt. Ich finde es schade, jetzt ist die Portons irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Ich weiß zwar nicht warum. Vielleicht liegt das daran, dass ich immer noch währenddessen äh, super viele Dateien jetzt von, äh, dem Best-of hier habe. Weil ich ja währenddessen das Best-of noch schneide. Ach, ich muss mir irgendwann einen Cutter holen, der mir die Best-ofs macht. Weil, alleine das zu machen ist immer ein bisschen kacke. Oh, geil, ich hab die Wasp Swarm. Die will ich ja auch noch ein bisschen fertig live in. Die ist ja mega geil. Gut, was ist hier drin in der Kiste? Gib mir Loot. Oh, geil. Armourbox ist secure. Armour-Place hier. Armour-Place hier. So. So, hier ist direkt eine Buy-Station und hier ist ein Gegner. Gut, da können wir direkt unser Loadout holen. Frag ich, habe nur 60 Muni. Sagt man das so? Äh, nein. Nein, 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 bitte. Da, du kleiner, alter. Was für ein Vollidiot. War das ein Solo-Spieler? Wo ist denn der Rest von denen? Oh, hier. Habe ich schon gewollt, wo ist denn der Rest? Bestimmt ist der Dritte hier auch noch irgendwo drin. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Nein, wo sind denn die anderen? Hallo, Leute, Leute, da, da. Komm, helf mir mal. Danke, danke, danke. Oh, geil, ein Take-Loader-Drop. Vielen Dank. Kann ich nochmal meine Doppelpistolen haben? Oh, hier ist ein Gegner. Jawohl. Amba. Oh, ich habe zweimal von dieser Wüste. Oh. Nein, ich Idiot. Fuck. Wo sind denn die anderen? Die vier, die vier? Mit auch noch uns. Oh, Schüsse. Warte. Nachladen, nachladen. Jetzt habe ich mich selbst geflasht. Geil. Richtige Lost Moments wieder hier. Oh mein Gott, ich war so überfordert. Oh mein Gott, die sind down. Und die haben da Cluster-Minen draufgepackt, Alter. Eckehafte, dreckige. Ach, ich dachte, man kann da rauf. Das reicht für eine Yo-E-Fie. So ist das hier klein geschrieben, also Yo-E-Fie. Wahrscheinlich ist das Englisch halt. Juckt mich aber auch jetzt gar nicht. Okay, wo ist der Gegner? Hier ist Gegner. Das ist nur ein Einzelner. Wo ist der Kerl denn? Ah, da. Hab ihn fast, hab ihn fast. Jawohl, gut, Brudi. Gut, Brudi. Hast du gut gemacht. Was, irgendjemand schiebt mich noch an? Ha, der ist ja ein Loser, Alter. Da wollte er ja noch mal pushen. So, ich geh kurz rein, um die Zip-Line hochzugehen. Easy. Easy. Ich suche noch einen Shop, grad. Da. Oh. Den können wir raiden. Alter. Jawohl, einfach alle... Nein, 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 da ist noch einer. Wo ist der? Warte, kurz Platten rein. Ach, der ist... Wer ist hier drin, wahrscheinlich. Ach, Junge, wo denn noch alles? Sorry für den Rage. Und wo sind denn wieder die anderen? Sorry, das hat mich da voll aggressiv gemacht. Egal, Gulag. Gut, jetzt nicht verkacken. Der Typ ist nicht aufgehauen. Scheiße. Hoch, hoch, hoch mit dir. Jawohl. Oh, Baby. So geht's auch. Nice. Geil, loaded hab ich. Nice. Ich brauch noch Money. Konterdrohne. Wird angeschossen. Oh mein Gott, verpiss dich doch einfach, Alter. Immer Leute, die hier irgendwo im Weg stehen müssen. Neh. Field upgrade out. Ach. Nein, was mach ich denn da? Ja, es ist schon spät. Was hab ich da gemacht, Alter? Den hätte ich so gut holen können. Okay, wir müssen leider die Leute zuschauen. Also den Typen, weil es gibt keine Buy-Station. Der Typ ist jetzt komplett alleine. Sechs Leute leben noch. Da holt er jetzt eine andere Seite, oder? Ne, er hat nur Shield break gemacht. Er hat noch nicht komplett Kill gemacht. Oh, lad doch erst mal deine Waffe nach. Oh, habt ihr das gesehen? Ganz dreckig da im Wasser. Da, da, geh hin. Oh, wie schießt er denn? Bruder, wie schießt du? Alter. Brauchst du SBR im Lobby? Ah, wie, Junge? Wie hat der denn geschossen? Ja, gönn dir erstmal Platten, gönn dir erstmal Platten. Du bist noch in der Zone, aber du bist ziemlich am Arsch gerade. Ja, schieben wir den ein bisschen an. Lad nach, genau. Leg dich kurz hin. Was hat denn der da gerade? Eine Landmine geworfen? Oh nein, das sind viel zu viele. Der schafft das nicht. Fünf Leute. Gut geflasht. Pass auf, da sind Minen. Ah, Junge. Ja, nee, das war's. Der Typ sniped ihn. Schade. Schade, leider nur fünfter. Aber trotzdem eine geile Runde. Ach, Kids bin ich hier rausgekommen? Die, ähm, Waffe, die Realm 7, die macht ultra viel Spaß. Ähm, man könnte sie natürlich noch mehr mit, ähm, Dingen spielen, mit No Recall. Hallo, ich möchte meinen Score sehen. Ähm, genau, acht. Acht Kids. Jawohl, das hat echt Spaß gemacht. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat diese kleine Runde wieder gefallen. Von Warzone. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.